Formsache. Zuallererst möchte ich Sie fragen, was für Sie Glaube bedeutet. Ich zögerte einige Augenblicke. Ich zweifle eher, als dass ich glaube oder nicht glaube. Mein Glaube ist der Zweifel. Sehr klug und sehr bürgerlich. Aber indem man Bälle ins Aus befördert, gewinnt man kein Spiel. Warum, würden Sie sagen, tauchen in der Geschichte immer wieder Glaubenslehren auf und verschwinden dann wieder? Vermutlich aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen Gründen. Sie sprechen mit einem, der als Zehnjähriger von der Schule abgegangen ist. Geschichte ist nicht meine Stärke. Die Geschichte ist die Müllhalde der Biologie, Martin. Das lehren uns die Vernunft und die Beobachtung der Wirklichkeit. Es ist die Lektion, die niemand lernen will, die wir also am genauesten analysieren müssen, um gute Arbeit zu leisten. Wenn ich Sie richtig verstehe, deuten Sie an, der Glaube, also der Akt an Mythen oder Ideologien oder Legenden von übernatürlichen Dingen zu glauben, sei eine Folge der Biologie. Nicht mehr und nicht weniger. Eine etwas zynische Sicht für einen Herausgeber von religiösen Texten, bemerkte ich. Eine professionelle, leidenschaftslose Sicht, präzisierte Corelli. Der Mensch glaubt, wie er atmet, um zu überleben. Ich denke, mindestens drei Viertel der Welt wären mit dieser Behauptung nicht einverstanden. Wären sie einverstanden, so wären sie keine potenziellen Gläubigen. Man kann niemanden von etwas wirklich überzeugen, was ja nicht aus biologischem Zwang zu glauben genötigt ist. Der Glaube ist eine instinktive Antwort auf Aspekte des Daseins, die wir nicht anders erklären können. Sei es das moralische Vakuum, das wir im Universum wahrnehmen, die Gewissheit des Todes, das Rätsel vom Ursprung der Dinge oder der Sinn des Lebens oder sein Fehlen. Das sind elementare Fragen, aber unsere eigenen Beschränkungen hindern uns daran, darauf eine klare Antwort zu geben. Und daher legen wir uns zur Abwehr eine emotionale Antwort zurecht. Das ist schlichte, reine Biologie. Dann wäre also jeder Glaube, jedes Ideal nichts weiter als eine Fiktion? Das gilt notgedrungen für jede Interpretation oder Beobachtung der Wirklichkeit. Ich seufzte. Und ich soll also eine Fabel erfinden, die die Leichtgläubigen in die Knie zwingt und davon überzeugt, dass es etwas gibt, woran man glauben, wofür man leben und sterben und sogar töten kann? Ganz genau. Ich bitte Sie, mir dabei behilflich zu sein, dem Durstigen zu trinken zu geben. Ein löbliches und frommes Vorhaben, sagte ich ironisch. Nein, eine rein kommerzielle Offerte. Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist eine molekulare Tatsache. Vielleicht sollten Sie sich für diese Arbeit einen Intellektuellen suchen. Ein Intellektueller ist in der Regel jemand, der sich gerade nicht durch seinen Intellekt auszeichnet, sagte Corelli. Er bezeichnet sich selbst als solchen, um das naturgegebene Defizit seiner Fähigkeiten zu kompensieren, das er irgendwie erahnt. Der Inkompetente tritt immer als Fachmann auf, der Grausame als Barmherziger, der Sünder als Frömmler, der Wucherer als Wohltäter, der Schäbige als Patriot, der Arrogante als Demütiger, der Plebeer als der edle Herr und der Einfallspinsel als Intellektueller. Und noch einmal. Die Geschöpfe der Natur haben nichts gemein mit den von den Dichtern besungenen Sülfen, sondern ähneln einer grausamen, gefräßigen Mutter, die sich von ihren eigenen Kindern ernährt, welche sie gebiert und gebiert, um am Leben zu bleiben. Die Heftigkeit und Wut seiner Worte berührte mich unangenehm, und ich fragte mich, ob es irgendetwas auf der Welt gab, was ihm nicht widerlich und verachtenswert war, mich eingeschlossen. Was ich suche, ist das Gegenteil eines Intellektuellen, nämlich jemand Intelligentes. Ich habe ihn bereits gefunden. Sie schmeicheln mir. Noch besser, ich bezahle sie. Und zwar sehr gut. Das ist die einzige echte Schmeichelei in dieser käuflichen Welt. Sein Ton war freundlich, aber der stählerne Glanz in seinen Augen ließ keinen Zweifel aufkommen. Was ich von Ihnen will, ist die Form, nicht der Inhalt. Der Inhalt ist immer derselbe, und in der Welt, seit es den Menschen gibt. Was ich von Ihnen will, ist, dass Sie eine intelligente, verführerische Art finden, die Fragen zu beantworten, die uns allen unter den Nägeln brennen, und dass Sie es von Ihrer eigenen Interpretation der menschlichen Seele austun und Ihre Kunst und Ihr Handwerk ins Werk umsetzen. Ich will, dass Sie mir eine Erzählung bringen, die die Seele erweckt. Nicht mehr und nicht weniger. Sie sprechen davon, Gefühle und Emotionen zu manipulieren. Wäre es nicht leichter, die Leute mit einer rationalen, einfachen und klaren Darlegung zu überzeugen? Nein. Man kann unmöglich mit jemandem in einen rationalen Dialog über Glaubensinhalte und Ideen eintreten, die er nicht über den Verstand erworben hat. Daher brauche ich die Kraft der Kunst, der Inszenierung. Bei einem Lied ist es der Text, den wir zu verstehen meinen, aber was uns daran glauben lässt oder nicht, ist die Musik. Ich denke, die Musik ist ein Instrument. Es kann die Initial-Pattern der Initial-Thought-Pattern, die verändern können, die denken der Menschen, die Musik. Vielen Dank. zą which ist ein Instrument. Danke.